Gott sei Dank wurde ich diesmal nicht abgeschossen. Blinky, ich hab gesagt, geh weg. Blinky, hau ab. Nein, nein, böse Kuh. Hier gibt es gar nichts zu sehen. Nein. Hast du Blinky eingesperrt? Lass meine guten Goldäpfel in Ruhe. Nein, du hast nicht eingesperrt. Ich sperre meine Goldäpfel ein. Ich habe nur das Blinky eingesperrt. Oh mein Gott, no. Nein, Blinky frisst immer meine Äpfel weg. Oh, warte, Blinky klettert jetzt. Siehst du das? Hier noch dicht machen. Oh, komm, 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 die spricht von oben. Nein, du bist nur da reingekommen. Blinky, wo bist du? Wo ist sie denn? Sie sieht hier, ist sie die Ranke hochgeklettert. Guck mal, sie hat sich hier... Nein. Wie kannst du es wagen, Blinky? Seitdem du ihr letzte Folge beigebracht hast zu klettern, ist Blinky jetzt ein Fan davon. Ich habe noch nie eine Kuh auf einem Baum gesehen bis gestern. Nö, jetzt sind die Ranken weg. Sind die Ranken weg? Wir haben eine Spaßbremse. Wir haben eine Spaßbremse. Ist das so? Ich bin eine Spaßbremse. Du bist... Nein, Blinky, hör auf damit! Blinky, ich warne dich. Blinky, komm da wieder runter! Blinky, noch! Nein! Was? Was? Bin runtergefallen. Oh, schade. Böse Kuh. Böse Kuh. Bring dich jetzt weg. Okay, wollen wir mal nach der Kirste suchen, damit wir uns auf die nächste Insel bauen können? Ich habe sogar eine gesehen. Oh, echt? Ja. Hier. Ah! Da ist ein Holz drin. Da ist ein Holz drin. Oh, das nehme ich mal sicher mit. Sicherheitshalber. Ja, bitte. Nee, ich will das nicht. Okay, ich sage, wenn wir welches finden, dann wahrscheinlich in dieser Höhle, wo wir letztes Mal waren. Warte, ich habe einen Trank für dich. Das ist ein Trank für mich? Ja, ja. Uh. Hier, nimm mal den. Warte. Den habe ich verzaubert. Hinter dir. Kannst du zaubern? Ja, sterbe ich jetzt einfach. Wenn du den benutzt, dann, dann, komm mal mit, komm mal mit. Benutz den mal bei der Höhle. Genau, hier. Hier? Jo. Ja. Da musst du jetzt reingehen. Okay, stopp und benutze den Trank. Oh. Nicht schlecht? Ja. Okay. Echt? Ja. Ja, cool. Ich kann gut zaubern. Okay, das muss ich nicht. Hier waren wir letztes Mal und da war dieser komische Goblin, oder? Da war der Goblin, aber der scheint jetzt weg zu sein. Aber der war hier links. Ah, vielleicht hätte er heiß sein. Aber jetzt, vielleicht die Kiste bewacht oder so. Da sind nämlich Sachen drin. Nein. Nein? Ich den. Komm, komm. Okay. Digst du, der Goblin ist hier noch? Er weg. Vielleicht ist der in der anderen, in der anderen Seite der Höhle. Möglich. Wir sollten am besten rausgehen. Ja. Bevor wir noch irgendwie ärgerlich sind. Wir haben halt immer noch nichts, womit wir den angreifen können, ne? Ja. Aber ich hatte gedacht, vielleicht finden wir irgendwann mal die Ruhe durch die Rüstung. Das kann doch nicht sein. Wo ist denn die? Vielleicht wollen wir bessere Rüstung haben. Wir könnten ja... Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwo Rüstung finden. Warte, ich mach wieder zu. Ja, das ist eine gute Idee. Wenn wir Rüstung finden, sag ich, gehen wir mal in die rechte Seite der Höhle exploren. Ich sag, da muss wahrscheinlich die Rune sein. Okay. Ja, super. Alles klar. Ich hab Blöcke. Willst du Blöcke? Okay, ich hab Blöcke. Willst du mehr? Nö, alles gut. Und wo gehen wir jetzt hin? Ähm, okay, warte mal, warte mal. Ich guck mal auf die Schatzkarte, wo noch was viel übrig ist. Okay, pass auf. Wir haben... In die Richtung hatten wir schon relativ viel. Was ist, wenn wir erstmal Richtung Einhorninsel laufen und dann da die Einhorn- und Pegasusinsel Richtung nehmen und gucken, ob da noch was ist? Ja, finde ich gut. Okay. Oh, warte, hab ich das Frame mitgenommen? Die Fuchs? Nö, da ist es doch. Nö, ich hab noch eins. Irgendwie aus dem Sehen abgebaut. Weiß nicht genau wo. Naja. Hier geht's... In welche Richtung war das Einhorn? War das hinter meinem Haus? Nee. Ich find das gerade sehr witzig zu beobachten, wie du nicht weißt, wo es lang geht. Easy. Es tut mir leid. Ich hab noch nie Orientierung gehabt. Du kennst mich. Wo ist denn die blöde Einhorninsel? Ohne mich wärst du verloren. Da wäre ich auch. Man müsste dich mal irgendwo in so ein Maislabyrinth setzen. Nein, bitte setz mich nicht in ein Maislabyrinth. Ich frage mich, wie ich mein Leben... So, hier ist die Pegasusinsel. Wolltest du hier hin? Äh, warte mal. Die Insel da rechts davon hatten wir schon. Was ist mit dem Block? Wir können ja machen oben aus. Mit dem Quadrat, den man da sieht. Mit dem quadratischen Block. Wo sieht man den Quadrat? Die Würfel, da links. Siehst du da nicht? Die Würfel. Ah, da unten. Genau. Aber wie willst du denn da runterkommen? Da wird ein Sprung. Boah, das sterben wir doch am Boden. Ja, warte mal. Das ist ganz schön weit. Wenn, dann sollten wir hier vielleicht... Warte. So, komm mal rauf hier. Oh. Wir müssen halt ein Stück runterkommen, Bonja. Komm mal hier rauf. Ja. Ah, okay. Ich seh's. Weil sonst sterben wir, wenn wir da drauf sprechen auf dem Block. Genau. Ich baue den jetzt ab und bitte nicht bewegen. Du landest richtig, okay? Ah, oh, clever. Genau. Okay, jetzt sind wir ein Stück unten. Und vielleicht von hier können wir bauen. Oh, das ist sauflever. Dann dürfen wir nicht sterben, oder? Dann müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie wieder zurückkommen nachher. Aber das kriegen wir schon hin. Oder wir machen ein Leiter-MLG, denn ich habe Leitern dabei. Stimmt, ja. Leitern habe ich auch. Okay. Wollen wir? Warte, hier sind Leitern noch, falls du brauchst. Okay, drei, zwei, eins. Alles gut. Ja! Jetzt du! Leiter-MLG! War das ein Ding? Wird es getroffen? Ich bin draufgekommen. Easy! Du hast ja keinen Schadenring. Ich hätte auch einfach hier... Das müssen wir nicht von oben treffen. Sollen wir auf den blöden Baum zu springen einfach. Das wäre viel easier gewesen. Zack! Hier, da wird ein Leiter-MLG. Das ist ja wild. Warte mal, man hat hier richtig Bäume. Das ist so... Merkwitzig. Voll interessant. Die normale... Weißt du, wenn du seitlich guckst, dann sieht das voll aus, als könnte man hier langlaufen. Aber man kann einfach nicht. Stimmt! Weißt du? Äh, das ist echt richtig wild. Das ist das... Oh, mein Gott! Oh, das fühlt sich so merkwürdig an! Irgendwas stimmt nicht! Lass mal gucken, was auf der anderen Seiten ist, oder? Ja, 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 ja. Was auf den anderen Seiten? Hier sind Pilze, hier sind Pilzbiome. Oh Gott, schau dich runter. Oh, aber hier kann man sogar ein bisschen runter, oder? Bei den Pilzen? An der Seite? Weil man hier, äh, Ranken hat, ne? Ja, auch weil es hier so ein bisschen rau runter geht. Ja, das ist voll cool. Gras wächst aber komisch. Das Gras wächst ganz komisch. Alles wächst komisch. Ja, cool! Ich schreibe mal die Ranken hoch. Du, 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 du. Was ist auf der anderen Seite? Okay, warte, ich will tippen. Weißen, zwei Seiten haben wir noch? Äh, ich sag, eins ist Wüste. Ich glaube, ich erinnere mich an die Wüste. Das denke ich auch. Hier ist Grasland. Hier ist Grasland. Ah, okay. Hier ist einfach gar nichts. Oh, ja, und hier ist die Wüste. Uh, wusste ich. Uh! Oh, no, ich bin runtergefallen. Bonja, Hilfe! Kann man dir, hast du keine Leitern mehr? Nein, ich hab keine Leitern. Ich kann vielleicht das Cactus Jump Run hier machen. Vielleicht, ich kann dir auch Leitern einfach hingeben. Du baust mich ein! Jetzt hab ich keine Leitern mehr. Nee, gar nicht wahr. Easy Leitern. Nein, echt? Warte, ich mach dir auch. Hilf mir. Entschuldigung. Ja, komm hoch! Einfach hoch! Einfach hoch! Und zack, okay. Ja gut, aber wo ist dir was? Oh, warte mal, hier geht's rein! Lol. Das ist ganz schön dunkel, oder? Ah, ich hatte, glaube ich, noch den Trank von dir. Der hat noch geholfen. Ah, geht das noch? Ja, ja, der ist noch am Halten. Okay. Ja, aber ich sehe, da war vielleicht für irgendjemanden mal dunkel. Hier sind ein Haufen Fackeln an der Wand. Und? Aber nur hier oben, ne? Ja. Vielleicht hat sich niemand weiter runtergefallen. Irgendwie runtergekommen. Ah, okay. Warte, wir können hier außen rumlaufen. Bist du runtergefallen? Ja, ich bin runtergefallen. Nee, eigentlich ist es ein ganz guter Weg. Ich hab'n Glück-Gold-Apfel, wenn du willst. Hier ist noch einer, die hab' ich gerettet von Blinky. Dankeschön. Ronja, was ist das denn? Guck mal! Da vorne! Siehst du das? Oh! Warte. Ist das okay? Das sieht verletzt aus. Oder das liegt so auf der Seite. Das sieht nicht gut aus. Weiß ich nicht. Schweinchen? Hier ist Schlamm. Bist du okay? Da ist es doch! Oh, guck mal, wie süß das ist. Brauchst du einen Gold-Apfel? Du weißt doch, Schweine essen alles. Schweine essen wirklich alles. Oh, das ist voll niedlich. Ja. Guck mal, wie klein das ist. Ich dachte, dem geht's nicht schlecht, aber vielleicht hat er sich nur im Schlamm gesuht. Hier ist gebratener Lachskleineschwein. Isst du das auch? Wo hast du gebratener Lachs? Woher hast du den denn? Ich hab hier auch einen Kugelfisch. Ach so. Ich hab den Kugelfisch jetzt nicht. Nee, das ist es nicht. Eigentlich essen Schweine alles. Na gut, Ronja, dann musst du den Kugelfisch essen. Ich will den Kugelfisch nicht essen. Leider darf ich nicht. Ich bin ja auch Vegetarier. Dann nehm ich ihn mit und setz ihn wieder aus im Wasser. Wie er sich einfach im Schlamm suht. Ach, das ist sauniedlich. Hä, aber wo? Okay. Das Tier ist jetzt ja klar. Das kommt bestimmt auch gerne mit uns mit. Schweinchen, weißt du, wo die Rune ist? Weißt du? Ja? Okay. In welche Richtung müssen wir? Ich glaub, er führt uns hin. Wir kommen mit, wir kommen mit. Ich steck einfach ein bisschen Schlamm ein, dass das Schwein sich auch wohl fühlt. Ich weiß nicht, ob er mich zur Rune führen will. Er legt sich jetzt wieder nur in den Schlamm. Echt? Ja. Oder? Wenn er hier liegen bleibt, ist hier vielleicht die Rune drunter. Magst du mal im Schlamm wühlen? So ne kleine Schlamm wühlen. Oh, wahrscheinlich haben wir die Rune im Schlamm vergraben hier. Stimmt. Ist ja voll eklig. Ich habe gar keine Lust. Viel Spaß. Ich bin dann schon mal oben. Ich gucke mal hier im Loch. Hier ist gar nichts. Ich im Schlammloch. Ich stecke fest. Nein. Aber wohl nicht. Ich komme hier raus. Ich dachte schon. Ich dachte, ich bin immer gefangen. Oh, hier hinten. Habs. 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 Schweiner Rune. Ja. Ich bin auch ein Detektiv eigentlich. Die Schweiner Rune. Wunderbar. Okay, ja. Schweiner Rune. Kommst du mit, Schweinchen? Cool. Verbring dich in den Zoo. Beziehungsweise auf die sichere Insel. Da kann niemand kommen und dir deinen Schlamm wegnehmen. Ich glaube, wir haben leider gar kein gutes Gehege fürs Schweinchen, oder? Weil wir haben keins mit Schlamm. Haben wir nicht? Nee. Vielleicht können wir ein bisschen Schlamm mitnehmen. Damit wir ihm das ins Gehege bauen können. Ich habe doch schon Schlamm mitgenommen, habe ich dir doch gesagt. Ach, du hast ja. Sorry. Hast du da recht. Ja, okay. Oh, warte. Ich brauche hier einen Block, aber ich habe ja noch welche. Zack, zack. Warte, bis dahin. Okay. Hier geht's drauf. Okay. So. Okay. So, ja. Hoch, hoch, hoch. Alright. Da sind wir schon. Alles klar. Oh, jetzt müssen wir aber irgendwie einen Weg wieder hochbauen, ne? Ich habe noch Blöcke. Ich kann, ich kann es hochbauen. In einem tedious Prozess. Arne, du machst das schon. Ich habe auch Blöcke. So ein Glück. Kommt das Schweinchen? Ist das nicht? Ja. Schweinchen. Haben wir das Schweinchen verloren? Ah, nee, da ist es. Oh, es kommt nicht den Baum hoch. Warte. Ähm. Sekunde. So, jetzt. Und ja? Ja. Ah! Wieso tust du das? Wieso tust du das? Ich dachte, wir würden freuen. Jetzt werden wir... Oh. Warum hast du nur den blöden Kugelfisch hier hingesetzt jetzt? Was? Das ist mir aus der Tasche gefallen. Ach, man fallen... Nein. Niemandem fallen Kugelfische einfach so aus der Tasche. Das ist eine bösartige Absicht. Ich habe keine Blöcke mehr. Oh, warte, ich kann dir noch welche geben. Wie viele hast du noch? Da du jetzt ja magisch bist. 55, ich hatte noch richtig viele. Da waren viele Blöcke dabei. Oh, ich hoffe, das Schwein fällt nicht runter. Nee, ich glaube, das ist... Dadurch, dass das Schweinchen ja klein ist, hat das relativ viel Platz auf den Blöcken. True. Okay, warte mal. Ich gucke mal auf der Karte, ob wir uns hier expandiert haben. Ich glaube, wir sind in eine falsche Richtung unterwegs, leider wieder. Ah, frustrierend. Echt jetzt? Ja. Oh, das ist ärgerlich. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie... Ich glaube, wir müssen erstmal bei der WC-Insel schauen. Ich glaube, der Karte... Bei der mit den rosa Bäumen. Da kannst du ja das nächste Mal hingehen. Ja, vielleicht. Okay. Okay. Alles klar. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder in den Zoo und bringen das Schweinchen in Sicherheit. Obwohl, ich glaube, der Jäger hat es jetzt auch noch nicht direkt aufs Schweinchen abgesehen. Hoffe ich jedenfalls erstmal. Da waren keine Anzeichen zu sehen. Leckere Schweinespeck. Warum tust du das? Warum hasst du mich? Schweinespeck. Wieso? Ich mag dich, Ronja. Es tut mir leid. Bau doch auch einen Block ab, du faule Socke. Nö, ich will nicht. Ich seh's nicht ein. Nö, du wartest dann... Ich fühle mich schlecht. Nö, weißt du was? Nein. Okay, den baue ich jetzt selber ab. Dann baue ich ihn ab. Warte ich. Easy, mach ich. Okay. 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 Fertig gut. Weißt du, was ich mache? Was machst du? Nein! Nicht mit Schlamm abwerfen! Ah! Jetzt musst du ran. Ja, baden gehen. So, warte, ich hab hier den Schlamm. Genau, wir können eine Schweinehüle bauen auf der Insel dann. Warte, warte, ich bring uns die Karte weg. Dann können wir... Du bringst die Karte weg und ich fang schon mal an, eine Schlammgrube zu bauen, okay? Okay, gute Idee. Hier, einmal Karte, zack. Und dann einmal kurz ins Wasser, damit der ganze blöde Schlamm, den jemand auf mich gesprüht hat, auch weg ist. So. Hoch, Schweinchen, kommst du mit? Und dann einmal hoch zum Waystone. Okay. Schweinchen? Einmal hier drauf, bitte. Okay, ich frage mich. Easy, wo bist denn du hin? Ja, ich bin ganz hinten im Zoo. Ganz hinten? Ja. Okay, wir kommen zu dir. Das Schweine rennt viel schneller als ich. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist peinlich. Ich will keinen Wett... Werde direkt gegen ein Schweinchen verlieren. Das ist doch nicht mal ausgewachsen, das Schweinchen. Das ist einfach nur ein normales Schweinchen. Ein Babyschwein ist das, ne? Ja. Warte mal, wo bist du? Warte, hier ist... Ganz hinten. Ah, guck mal. Oh. Hast du es gefunden? Nee, aber das Nashorn. Das Nashorn ist groß geworden. Echt? Ja, das ist gewachsen irgendwann. Ja, gut. Oh, das Schweinchen sieht so mini aus im Vergleich zum Nashorn. Oh, was ist... Das ist ein Baby Nashorn gewesen, ne? Ja. Soll das hier bleiben? Weil hier ist auch Schlamm beim Nashorn. Ja, nein. Ich hab doch schon Gehege gebaut jetzt. Dann komm mit. Ich mein, wenn ihr da bleiben wollt, ist das auch okay. Nee, das wollen wir nicht mehr. Was hast du da? Oh. Oh, das sieht gut aus. Das ist eine richtig schön große Grube. Findest du? Ja, ja. Warte, ich geb ihm noch ein bisschen Weizen. Ich glaub, normalerweise essen Schweine, aber eher Karotten, oder? Warte, hier. Ähm. Zack, zack, zack. Ich glaube, Schweine in Minecraft essen hauptsächlich Karotten, ja. Ja. Okay, oh, das sieht voll gut aus. Ja, gut, alles klar. Wie gefällt's dir? Mir gefällt's dir gut. Ich glaub dem Schweinchen auch. Haben wir einen Namen? Wunderbar. Füll dir einen Namen für ein Schwein ein. Schinken. Schinken. Und wenn du nicht schinken, dann kannst du es Speck nennen. Ich nenn's Speck. Okay, Schinken und Speck. So, Speck. Irgendwie passt Speck auch, weil es so diese Flecken hat und es dann so ein Kürzer, ich weiß nicht, fühl ich. So, okay, Speck. Okay, Speck, wir besuchen dich vielleicht mal. Ich setz die Rune ein. Und dann... Mach's gut, Speck, das ist fast wie Schreck nur. Ja, ja. Hast du schon einen Namen herangeschrieben? Nee. Nee. Speck. So, Schweine Rune. Zack. Die nächste ist dunkelblau. Haben die Farben was mit den Tieren zu tun? Weil ich frag mich das schon länger. Ich weiß nicht. Weil zum Beispiel, grau war ja Nashorn. Und ich hatte das Gefühl, bei manchen hat es auch eigentlich ganz gut gepasst. Also, beim Pegasus mit dem... Warum ist das Schwein jetzt lila? Das weiß ich nicht, weil das hätte eher rosa sein müssen, oder? Vielleicht ist das Quatsch. Aber der Gorilla hat auf so einem Baum gelebt, deswegen ist die grün vielleicht. Easy, ich weiß es nicht. Ich hatte eine Theorie, aber vielleicht geht sie jetzt nicht mehr auf. Das war's jedenfalls mit dieser Folge Minecraft Pets. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und vergesst nicht, keine neuen Videos mehr. Und schaut unbedingt auch bei der Easy vorbei, denn da kommt die nächste Folge Pets. Nämlich am Sonntag. Und... Ne, Samstag. Yes. Was war das richtig? Samstag, aber ja. Samstag, Samstag. Samstag. Verdammt, ich war das immer falsch. Am Samstag kommt die Folge. Schaut unbedingt da vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. 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 Toll todays politics off und dann hitsize. Nähmisserassen bis zum Besomet traitor. Bis zum nächsten Mal.